Ich entscheide, wer das rüberhalten soll. Iva ist sowieso auf unserer Seite, Sheolbert sowieso. Das ist, ähm, klar. Wer ist du? Die Frau ist auch interessant. Äh, Iva ja so. Jaja, ich weiß. Ich werd mal kurz speichern. Für den Fall der Fälle. Ich werd nämlich mit dem König reden. Wenn wir den König haben, äh, dann... Ich hoffe ich doch, dass wir den König bekommen. War das der König? Der sieht nicht aus wie der König. Verdammt, wo ist der König? Ich werd mal mit ihr reden. Herrin, wollen wir nicht den Zorn überwinden und zu einer Einigung kommen? Was sind Rodris größte Bedenken? Der Krieg hat die königliche Schatzkammer gelehrt. Dadurch steht Rodri bei jeder Entscheidung unter großem Druck. Wenn ich euch einen wahren Silbersegen verschaffe, hielte das dein Mann vom Krieg ab? Eine vollere Schatzkammer könnte meinen Mann tatsächlich friedlicher stimmen. Lady Angarrath, nimm dieses Silber. Tu, was du kannst, um deinen Mann zu besänftigen. Das werde ich. Das Königreich Gwyneth dank dir. Ja, ich glaube, das ist, äh... Ich sollte Bischof Diorlof berichten, was ich herausgefunden habe. Ist der Bischof. Reden, reden. Die ganze Zeit nur reden. Mhm. Ist der Bischof. Ich bin etwas verwirrt. Ist der Bischof. Ich kann mir nicht gut Gesichter merken. Das ist außer Ivar. Ah, hier ist er. Ja? Hast du eine Entscheidung getroffen? Wem hast du das Silber gegeben? Lady Angarrath wird mit dem Silber die königliche Schatzkammer füllen. Das wird Rodri besänftigen. Ach, eine wirklich weise Frau. Wirklich? Rodri! Ich sehe, wie du mich verhönst! Ich fordere dich zum Zweinkampf! Ivar, der Knochenlose. Der Rückgratlose. Der Zahnlose. Mutlose. Du kannst mich nicht töten. Ich sterbe durch einen Dre... Schützt dein Schicksal ihn auch? Guriath! Beim Allmächtigen ist... Bringt ihn in Sicherheit. Los, schnell! Tötet den Knochenlosen! Drängt diese Kirche mit seinem Blut! Oh! Na, ganz toll! Ich kämpfe! Das schwöre ich! Lachen! Ivar! Was hast du getan? Ja, das frage ich mich auch gerade. Das frage ich mich auch gerade. Was sollte das? Wir hatten ihn schon! Musste das sein? So verhandeln Wikinger. Den Schweinen zeigen, wer die wahren Krieger sind. Ivar, du hast den Frieden zunichte gemacht. Lass dich nicht vom Frieden täuschen, Bursche. Das ist nur die kurze Stille zwischen zwei Axtheben. Mein Gott, was für ein Massaker! Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Ah, ein guter Test für dich, Junge. Herr, vergib uns. Bleib bei mir, Theolbert! Deck mir den Rücken und ich ziehe die Messer aus deinem. Gütiger Gott. Bleib hier, wo es sicher ist, Bischof. Darf ich vorher noch? Danke. Alles gut. Ich bin unterwegs. Wir waren so kurz davor. Nicht das mit Frieden zu leben. Warum muss der kopflose Ivar an unserer Seite sein und nicht sein Bruder? Und ich hab doch gesagt, dass er intelligent ist. Ich nehm jedes Wort zurück. Nur weil ein Huhn mal ein Korn findet, heißt das nicht, dass es kein Huhn mehr ist. Na ne, das war das blinde Huhn, ne? Ja, genau. Nur weil ein blindes Huhn auch mal ein Korn finden kann, heißt das nicht, dass es kein blindes Huhn mehr ist. Sagt der Richtige. Wo? Da unten. Okay. Wir gehen schon hin. Alles gut. Weiß, ist das nicht auch ein Feind? Okay. Dann eben doch so. Das kommt davon, wenn man entkommen will. Ach so, ihr seid hier. Ich werde siegen. Ja, ist wahr. Hier sind auch noch welche. So, äh, hier. Machen wir mal weiter. Ja, komm, wir schlagen einfach zu. Bisschen was treffen. Oder so ähnlich. Ja, okay. Ja, ja, ist gut. Leicht und schlägen aus. Ah! Mein Gott, was für ein Gemetzel. Mhm. Wir müssen Bischof Diorlof wissen lassen, dass es vorbei ist. Okay. Dann einmal zurück. Na, komm, mein Pferd. Okay. Hey! Ja, ich glaube, er weiß schon Bescheid. Ich glaube, er weiß schon Bescheid. Du hast Rodri's Bruder getötet, du Unhold. Unsere letzte Friedenshoffnung ist dahin. Ein Frieden mit Rodri ist so wahrscheinlich, wie dass du als Jungfrau stirbst, Bischof. Er ist zugerissen, zuverschlagen. Ja. Es ist, wie es ist. Wir müssen unsere nächsten Schritte planen, ehe die Bretonen sich wieder sammeln. Sie werden sich sicher in ihre große Feste zurückziehen. Sie ist nahezu uneinnehmbar. Dann hungern wir sie aus. Vernichten ihre Vorräte, bis sie um den Tod betteln. Lieber Gott, mehr Tote, mehr Krieg und zahllose Flüchtlinge. Das ist unsere einzige Möglichkeit, Dior Olaf. Du kennst dich am besten aus. Wo können wir sie treffen? Also, Nahrung und Vorräte horten sie beim Außenposten von Wenlocan, etwas südlich von Quadford. Rodri hat noch eine geheime Versorgungslinie. Frag die Flüchtlinge beim Fluss, die aus den besetzten Dörfern geflohen sind. Rodris Bretonen werden zuschlagen, ehe wir bereit sind. Wohl wahr. Sie werden Unia und seine Soldaten entsenden. Diese werden in Westburg ausgebildet, westlich der Turmruine. Du hast es nicht nötig, dass ich deine Hand halte, Evo. Ich gehe nach Westburg und kundschafte. Ich weiß, wie du kundschaftest. Am Ende werden immer Schwerter gezückt. Ich bin berechenbar wie Ebbe und Flut. Ich werde mit dir gehen. Und sei es nur für eine ehrliche Einschätzung unserer Lage. Ich stoße in Westburg zu euch. Sobald ich etwas Schaden angerichtet habe. Bis dann. Jupp. Das sehe ich genauso. Eine Sache noch. Wir werden eine Fürth brauchen, ehe es zur Schlacht kommt. Versuche, Gefangene zu befreien, um unsere Reihen zu stärken. Ja. Das mache ich. Das wäre so klar, dass das nicht so einfach laufen wird. Das wäre so klar, dass das nicht so einfach laufen wird. Muss ja sein, ne? Okay, dann gehen wir, glaube ich, hier hoch. Ja, komm. Ist in Ordnung. Bisschen schleichen, bisschen Rabe. Passt. Dann gucken wir erst mal ins Quest-Menü. So. Finde den Außenposten von Venloa. Sprech mit den Flüchtlingen. Machen wir erst mal das. Ähm... Dö, 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 tu, dö, 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 dö. Dö, dös. Nee, oder das hier. Nein. Machen wir doch das hier zuerst. Wenn das gleich hier ist, dann... ...brauchen wir doch nicht so viel. Ja, ich weiß. Das haben wir schon gesehen. Ganz viel Interesse, die wir angenommen haben. Da vorne dürfte das dann irgendwo... Ah ja, okay. Da vorne. Ist mal gut, dass unser Pferdchen schwimmen kann. Das gefällt mir immer mehr. Gut. Hi. Ähm... Alles gut. Okay. Bretonen lagern ihren Nachschub im Duos-Tarnbruch. Siehst du den Turm im Süden? Die Überreste des Hügeltors. Kurz dahinter findest du den Steinbruch. Ich danke dir. Einen Augenblick. Falls du noch mehr Hilfe brauchst. Mag sein. Gute Mercer arbeiten in diesem Steinbruch. Sie alle kämpften für Tarn Merton. Wenn du in einer verzwickten Lage bist, dann preise seinen Namen. Die Arbeiter werden zu dir strömen. Also, Gott segne Tarn Merton. Verstanden. Okay. Dann einmal, äh, auf und davon. Ja, ist in Ordnung. Gut, dann einmal hin. Einmal hin. Alles weg. Und den Tarn sollten wir uns merken. Ich hoffe, ich vergesse ihn nicht. Den Namen. Und dann haben wir mehrere Auswahlmöglichkeiten. Dann heißt das Merton, Merton oder Merten. Und ich weiß dann nicht mehr, dass er mehr Merton heißt. Das wäre ärgerlich. Und dann würde ich sagen, du könntest ihn ja gar nicht richtig. Du bist ja voll der Fake. Ey, mal hier rüber. Ja, ein bisschen dauert es noch. Ein bisschen dauert es noch. Sind noch ein paar Meter. Hähnchen. Ups. Ah, okay. Wir hätten auch. Okay. Ah, hier waren wir schon. Hm. Jetzt sieh's. Hätten wir auch schnell reisen können. Egal. Ein anderes Mohl. Nö. Beim nächsten Mal ganz bestimmt. Man muss sie auch immer abwägen. Mhm. Die Überreste. Und der Steinbruch. Sollte gleich da vorne sein. Glaub ich. Sind ja nur noch 200 Meter. Ja. Ja. Der Dustanbruch. Voller Wagen mit bretonischen Vorräten. Wenn ich sie brandschatze, muss Rodri Frieden schließen. Mhm. Ich zieh lieber die Kapuze auf. Ja. Alle vorne. Reite deine Flügel aus. Okay. Zwei Gebiete. Mhm. 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 Hm. Okay. Er könnte einen Betrunkenen anlocken? Warum? Ich meine, vielleicht um ein bisschen Ablenkung zu haben oder so. Aber gut. Wo haben wir denn die Wagen? Die wir zerstören sollen. Hm. Nächste auch nicht, ne? Hä? Kannst du mich mal bitte abwingsen? Hast du gehört? Iva, der Knochenlose, wollte unseren König ermorden. Er war lieb. Mein Vater war dabei, als er an der Küste von Unismon gegen Rodri kämpfte, vor vielen Jahren. Das wäre ein Anblick, die alten Schlachtrösser kämpfen zu sehen. Guck! Okay. Pssst. Wir hoch? Nein! Er ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Psst. Ah ja. Da unten haben wir was. Oh, nein. Was ist das? Das wollte ich jetzt nicht. Etwas ungünstig. Würde ich das jetzt nennen. Ganz leise. Okay, da vorne ist das, was wir kaputt machen sollen. Da finde ich noch was für mich. Da auch? Okay. Wahrscheinlich da drinnen, ne? Ja, da hinten. Kannst du da auch wieder raus oder musst du da jetzt drinnen bleiben? Ich frage nur so. Kommst du jetzt oder muss ich zu dir kommen? Ich ganz leise rausflube. Psst, psst, psst. Ganz leise. Äh. Ja, ich hoffe, ihr kämpft jetzt noch nicht, ne? Jetzt will ich erstmal hier kurz das mitnehmen. Ah. Äh. Da Odi an Merton, genau. Zu uns auf die Felder kam er und sprach. Kommt mit mir und kämpft. Los, alle mir nach. Wir griffen die Sicheln, die Ketten, Hämmer und Ketten. Und zusammen mit Merton uns alle zu retten. Sein Name sei gepriesen, er führte uns an. Wie in Wellen kamen Feinde immer neue heran. Er fällte Britonen ihr Blut ran dahin. Und Merton war weiterhin mutig im Sinn. Mit einmal ward umzingelt er schnell von drei Mann. Er kämpfte mit Ehre, doch starb er daran. So weinet für Merton, für Merton unseren Tarn. So weinet für Merton der Gutes getan. Ah, ja. Ein Sarkophon-Geschild, okay. Interessant. Ne, einmal hier wieder hoch. Na komm. Proviant ist wohl. Will ich mal kurz speichern, wenn ich kann. Okay. Und erst mal für heute aufhören. Ne. Das reicht erst mal. Dann kann ich ein bisschen schneiden. Ne. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme-Session. Je nachdem, wie es schneiden wird. In dieser Folge oder in der nächsten. Bis dann. So. Dann wollen wir doch mal weitermachen, ne. Ich will noch mal kurz hier gucken. Ähm. Dö, 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 düm. Ja. Ah, wir haben hier einige gute Sachen. Okay. Rot war, äh, schlechter, ne. Oder? Ja. Äh. Dö, 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 dö. Obwohl, ne. Nicht wirklich, ne. Aber ich glaube, das sind Zweihänder, ne. Ja. Okay. Ja, kann ich ja später nochmal durchgehen. Ah, okay. Hier unten hätten wir noch den Sarkophag-Schild, den wir gefunden haben. Okay, aber hier können wir verbessern. Nö. Ja, hier wären noch drei Felder. Hier haben wir nur noch zwei Felder. Deswegen machen wir mal die hier zuerst, die zweite Axt. Und dann machen wir später die hier, ne. Ja, ist schon ganz, ganz, ganz nice. Ähm. Wir sind noch hier. Hm. Ich bring dich um. Weißt wen. Ja, sieh mal nachsünden. Ah, okay. Das sind die. Okay. So funktioniert das also. Na komm. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Ich hab doch das letzte Mal das Gold mitgenommen. Da liegt ja noch was. Ach nee, warte mal. Brauchen wir ja gar nicht. Gehen einfach mal einen Schritt zurück. Komm. Das reicht ja schon. Ah, okay. Ja. Sag mal. Ähm. Warum? Ich brauche... Ja, komm. Verbrenn dich nicht auch noch. Ähm. Ah, da hinten. Ich glaub, ich hab's gefunden. Heimliche, äh... Nö. Der heimlichen Vorrat. Ähm. Wow. Sehr schön. Ich lasse die mal kämpfen. Ich hoffe, die, äh, schaffen das. Na, es sind schon ein paar. Okay. Aber das ist auch wichtig. Ich brauch halt meine Brustverdickelbarren, ne? Ähm. Wollte ich zwar nicht hoch, aber gut. Vielleicht finden wir ja dann, äh... den nächsten gleich. Ah, da oben. Ähm, ja. Achso, okay. Das, äh, versteh ich. Ach, da oben muss ich hin. Ähm. Entschuldigung, ich bin mal kurz auf dem Sprung. Ich bin mal kurz weg. Ähm. Ich hab noch was zu erledigen. Ich hab noch was auf dem Herd gelassen. Tut mir echt leid. Ne, ist wichtig. Äh, verbrennt sonst. Okay. Ich hab da drüben nämlich gesehen. Ähm, ja komm. So stark kann es ja gar nicht sein. Ja komm, so stark kann es ja gar nicht sein. Der Start ist ja aber flink. Mal gucken. Vielleicht sind wir ja mal flinkker. Ich muss ja nur einmal. Äh, ja, warte. Na komm, weißt du was? Ja, renn noch rein. Und in der Zeit können wir auch noch lesen. Ach nee, doch nicht. Wer war das? Ach du. So, Bericht Gefangenarbeit. Wir lassen die Gefangenen Sachsen nun im Steinbruch arbeiten. Sie sind verbittert, seit wir ihren Anführer getötet haben. Ich habe noch nie Männer so langsam arbeiten sehen. Ich werde die Befragungen verschärfen, bis sie endlich bessere Laune kriegen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ja, Vögelchen? Soll ich die Befragung verschärfen, bis endlich mal Ruhe herrscht? Und ich aufnehmen kann? Ja, ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Bin nur ich, bin nur ich. Ein Moment, es geht gleich weiter. Ich schaffe nur ein bisschen für mehr, äh, ja. Ne? Chancengleichheit. Wenden wir es mal. Hier ist sonst nichts mehr. Okay. Ja, da unten braucht jemand unsere Hilfe. Ich komme auch sofort. Wir müssen, glaube ich, sowieso da unten hin. Ich muss nur gucken, wie, weil, ähm, ich wollte eigentlich gerade runterspringen. Bis mir wieder eingefallen ist, ähm, ist keine so tolle Idee. Wir sind nicht Kassandra mit ihrem, äh, ich springe überall runter und überlebe es, ähm, Perk. Ja, ja. Das hat er wohl auch gedacht. Ne? Wir sind hier nicht in Odyssee. Na, komm. Ja, nein. Ist nicht so meins. So, wo bist du? Du bist, äh, da. Ja. Okay, ich glaube, jetzt sollte ich hier wieder rein können. Den nehmen wir auch nochmal mit. Okay. Könntest du mal aufmachen? Ach, komm. Mach die Tür auf. Gott, das ist so wisch, hier braucht jeden Mann. Oh. Ähm. Könntet ihr bitte gehen, bevor ich hier das in die Luft jage? Gut. Ich baue nochmal so ein Teil, ähm. Sag mal, habt ihr sowas gesehen? Oh, muss ich jetzt wieder bis nach nach hinten gelaufen? Meine hinten war ja was. Okay. Ihr steht mir alle im Weg. Ich hab nämlich keine Lust, dass ihr dann auf dieses Explosiva schießt, mich dann in die Luft zu jagen. Ne, ihr seid nur. Okay. Gut. Äh, könntest du? Oh, danke schön. Sehr, äh, herzallerliebst. Na komm, lauf mal ein bisschen schneller, bevor hier irgendwelche Bogenschützen auf dumme Ideen kommen. Auf sehr dumme Ideen. das ausnutzen wollen, wenn wir hier so was, äh, mit uns rumtragen. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ähm. Döööööö. Warte mal. Das dürfte eigentlich weit genug entfernt sein. Äh. Und? Ach, nöööööö. Das ist zwar jetzt gemein. heiligen gott dieser männer werden für uns kämpfen ja das werden die weil ich mache weil die wir wollen vielleicht sind die ja explosiver ja ja alles in ordnung alles in ordnung habe ich gesucht ich mache überhaupt nichts so einmal absto und wenn wir genug pfeile hier liegen so das wird jetzt aber nichts ja ja mach das mal nämlich auch gerne mit das haben wir denn hier auch nur eine ecke nur eine ecke die ecke mit was drin wer will die ecke haben ja jetzt habe ich einen ohrwurm ich glaube da oben müsste da noch was sein das krieg ich auch wenn gerade so okay dann gehen wir noch mal hoch ich denke da oben wird noch was sein ja zumindest ein bisschen ach da oben ich glaube da wurde dies ist auch der letzte oder die erste je nachdem wie man es gemacht hätte aber ist ja in ordnung oder das wir haben jemanden gerecht ich hoffe uns hat auch schon jemand gerecht wenn wir gestorben sind aber meistens sind sterben wir ja weil wir so dumm sind uns irgendwelche klippen runter zu stürzen nicht weil uns jemand umringt doch sind wir auch schon also ich hoffe uns hat auch schon jemand gerecht oh tot bestätigen mhm na das war jetzt ein bisschen unspektakulär na komm weißt ach komm geht doch ja geht doch einfach vom abgrund weg das würde schon viel bringen würde ich jetzt einfach mal behaupten ah hier ist noch einer ich würde ja an eurer stelle hier weg gehen ähm ja könntet ihr mal bitte nicht hinweg gehen ja 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 ist in ordnung geht wieder aus ich hab gesagt die sollen da weg gehen kann ich doch nichts für okay da unten lag noch einer wollt ihr nicht noch jemand Hilfe hm das wäre erledigt auf nach Wenlocan und dem britonischen Nachschub also okay das hat sag das doch sehr schön sehr sehr schön ach warte mal können wir trotzdem nochmal kaputt machen ist jetzt zwar ein bisschen useless aber hat ja auch keiner gebimmelt so einmal bei den Fertigkeuten sag mal was hatten wir da noch ah ja stimmt das da war ja noch was ach glaubt ich glaub das geht auch brauchen wir doch nicht den großen Umweg gehen dann kriegen wir das doch so hin dann müssen wir noch gucken was wir noch alles mitnehmen ne also die ganzen kleinen Punkte auf jeden Fall definitiv was hatten wir hier noch nichts okay ich meine da war noch was aber war hier nicht links auch noch mal was hm oder war das nur das hier hm okay auf jeden Fall die kleinen auf jeden Fall können wir die kleinen holen ne mit den ganzen Nahkampfschäden und ach wir haben ja nur einen verbraucht ähm okay äh wo gehe ich denn jetzt am besten hin hm das hier war sowas hier ne äh das hier war ah hier war Assassina also würde ich tatsächlich hier gerne das Gelbe als erstes voll machen dann blau und dann rot ähm ja hier Fernkampfschaden ne kriegen wir ganz gut hin das ist ganz nett dann können wir die hier noch mitnehmen glaube ich das nächste Mal ähm einmal zu den Quests ähm oh wir haben hier noch gar nicht gerecht finde und töte die Täter wenn die in der Nähe sind wo seid ihr denn man dann können wir das ja noch machen ne 70 Meter hier kommen wir auch irgendwie runter ganz schnell ne ja tschuldigung und danke tschuldigung und danke immer diese Allergie ah ok ich muss noch den Tod bestätigen sag das doch äh wie komme ich am besten schnell runter hier wir nehmen die Leiter na komm ja sie hat gerade nicht vor schnell runter zu gehen also von daher gut dann einmal bitte gut bestätigen da sind wir doch schon gerecht da sind wir doch schon gerecht deswegen ist das auch so und spektakulär na komm bestätige mal dein Tod ist nun gerecht Ruhe in Frieden hast du gehört ich weiß nicht ob du mein Let's Play guckst aber hey dann tut es gerecht hab ich gemacht